Sternengeschichten Folge 185 Sophie Charmin Die Astronomie beschäftigt sich mit Sternen, Planeten, Asteroiden und all den anderen Dingen am Himmel und im Weltraum. Um aber ernsthaft Astronomie betreiben zu können, muss man zwangsläufig auch die Mathematik beherrschen. Die Mathematik ist die Sprache, in der sich das Universum beschreiben und verstehen lässt. Und damit ist nicht nur die angewandte Mathematik gemeint. Natürlich dient die Mathematik in der Astronomie vorrangig als Werkzeug und die wenigsten Astronomen führen eigenständige mathematische Forschung durch. Aber auch Werkzeuge lassen sich nur vernünftig benutzen, wenn man die Grundlagen zumindest ein bisschen versteht. Und will man neue Werkzeuge erschaffen, dann muss man zwangsläufig die Grundlagen beherrschen. Es lohnt sich daher auch für die Astronomen, sich mit der abstrakten und reinem Mathematik zu beschäftigen und mit dem Leben der Mathematiker. Oder, wie in dieser Folge der Sternengeschichten, den Mathematikerinnen. Frauen haben es heute immer noch schwerer als ihre männlichen Kollegen, sich in der Welt der Wissenschaft durchzusetzen. Und früher war die Lage noch aussichtsloser. So aussichtslos, dass begabte Frauen äußerst kreativ werden mussten, um überhaupt wissenschaftlich arbeiten zu können. So kreativ wie die Französin Sophie Germain. Germain wurde am 1. April 1776 geboren. Ihre Jugend war von der Französischen Revolution geprägt, von den neuen demokratischen Freiheiten, konnte Sophie Germain allerdings kaum profitieren, zumindest nicht, was ihr Interesse an der Mathematik angegangen ist. Ihr Vater war ein wohlhabender Kaufmann und seine Bibliothek war gut ausgestattet, auch mit mathematischen Werken. Die hat Sophie schon als Jugendliche gelesen und ihre Eltern fanden das gar nicht gut. Die gingen sogar so weit, alle Lampen aus dem Zimmer von Sophie zu entfernen, damit sie die mathematischen Bücher abends nicht mehr lesen konnte. Sophie hat sich davon aber nicht beirren lassen und sich sogar selbst Latein und Griechisch beigebracht, um die Arbeiten der großen Mathematiker im Original lesen zu können. Und natürlich wollte sie auch studieren. Das konnte sie aber nicht, weil das Frauen selbst im revolutionären Frankreich verboten war. Aber Sophie Germain war kreativ. Die neu gegründete Ecole Polytechnique in Paris war immerhin schon so fortschrittlich, dass sie Vorlesungsskripten und Unterrichtsmaterialien an alle verteilte, die sie haben wollten. Und Studenten konnten ihre Arbeiten auch schriftlich einreichen. Sophie Germain hat genau das getan und dafür aber nicht ihren eigenen Namen genutzt, sondern den eines anderen Studenten. Antoine-Auguste Leblanc war während der französischen Revolution verstorben und Sophie ist jetzt unter seinem Namen aufgetreten. Die Lösungen für die mathematischen Übungsaufgaben hat sie unter diesem Namen an den berühmten Wissenschaftler Joseph-Louis Lagrange geschickt, der in der Astronomie unter anderem für seine Arbeit über die nach ihm benannten Lagrange-Punkte bekannt ist, über die ich auch schon in Folge 31 der Sternengeschichten gesprochen habe. Lagrange war sehr angetan von den Ergebnissen des Studenten Leblanc und wollte ihn unbedingt persönlich treffen. Sophie musste jetzt notgedrungen ihre wahre Identität preisgräben, aber Lagrange hat sich glücklicherweise nicht für ihr Geschlecht interessiert, sondern nur für die wissenschaftliche Begabung. Er hat ab jetzt Sophie unterstützt bei ihren Studien und ihr auch geholfen, weitere Schwierigkeiten zu überwinden. Anfangs hat Sophie Charmin auf dem Gebiet der Zahlentheorie gearbeitet. Das ist die mathematische Disziplin, die sich mit den Eigenschaften der Zahlen selbst beschäftigt. Sie war besonders am Satz von Fermat interessiert. Der war damals schon berühmt und berüchtigt in der Welt der Mathematik. 1637 hat der französische Mathematiker Pierre de Fermat die nach ihm benannte Gleichung an den Rand eines Buches geschrieben. Und die ist überraschend einfach. Angenommen, man hat vier ganze und positive Zahlen, die a, b, c und n genannt werden. Für die Gleichung a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n gibt es dann keine Lösung, wenn n größer als 2 ist. Diese Aussage kann man auch verstehen, ohne großartig viel Ahnung von Mathematik zu haben. Für n gleich 2 kennt diese Gleichung jeder aus dem Schulunterricht. a² plus b² ist c², der berühmte Satz von Pythagoras. Und wir wissen, dass es viele Zahlen gibt, die diese Gleichung erfüllen. Zum Beispiel ist 3² und 4² so viel wie 9 und 16. Und die Summe ist 25. Und das ist das Gleiche wie 5². Für 3, 4 und 5 stimmt der Satz von Pythagoras also. Und genauso für viele andere Zahlen. Aber Fermat hat behauptet, dass man keine einzige Lösung mehr finden kann, wenn n größer als 2 ist. Man wird also zum Beispiel niemals drei Zahlen finden, für die a hoch 3 plus b hoch 3 gleich c hoch 3 gilt. Fermat hat außerdem behauptet, er hätte einen mathematischen Beweis gefunden, mit dem er seine Aussage belegen kann. Aufgeschrieben hat er diesen Beweis aber nicht. Und Generationen von Mathematikern sind daran gescheitert, diesen angeblichen Beweis von Fermat zu rekonstruieren. Es hat bis ins Jahr 1995 gedauert, bis das endlich erledigt war. Zur Zeit von Sophie Charmin war Fermats Behauptung schon mehr als 100 Jahre lang unbewiesen, obwohl sich die größten Mathematiker der jeweiligen Zeit daran versucht hatten. Auch sie hat sich damit beschäftigt und sie war erfolgreich. Sie hat Fermats Satz auch nicht komplett beweisen können, aber sie konnte zumindest zeigen, dass er für eine große Menge an Zahlen tatsächlich gilt. Im Zuge ihrer Arbeit hat er sich mit einer ganz besonderen Art von Primzahlen beschäftigt, die heute nach ihr Sophie Charmin Primzahlen genannt werden. Eine Primzahl, also eine Zahl, die nur durch 1 und sich selbst und der Rest geteilt werden kann, ist genau dann eine Sophie Charmin Primzahl, wenn auch die Zahl 2p plus 1 eine Primzahl ist. Die Primzahl 3 ist zum Beispiel eine Charmin'sche Primzahl, weil auch 2 mal 3 plus 1, also 7, eine Primzahl ist. 7 dagegen ist zwar eine Primzahl, aber keine Sophie Charmin Primzahl, da 2 mal 7 plus 1 gleich 15 ist, was ja durch 3 durch 5 teilbar ist. Sophie Charmin hat zwar vermutet, dass der Satz von Fermat für alle Primzahlen dieser Art gültig sein muss, hat das aber auch nicht in allen Fällen beweisen können. Das haben erst später andere geschafft. Die Arbeit in der Zahlentheorie, die hat Sophie Charmin auch in Kontakt mit Karl Friedrich Gauss gebracht. Dieser große Mathematiker, Physiker und Astronom war ja schon Thema in Folge 118 der Sternengeschichten. Gauss hat das zur damaligen Zeit absolut grundlegende und wichtigste Werk zur Zahlentheorie verfasst und Sophie hat ihm geschrieben, um über ihre eigene Forschung zu diesem Thema zu diskutieren. Dabei hat sie jetzt aber wieder ihr Pseudonym, Anton Auguste Leblanc verwendet. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben dann französische Truppen die Stadt Braunschweig besetzt, in der Gauss damals gelebt hat. Sophie Charmin hat sich Sorgen gemacht, dass ihrem Kollegen etwas passieren könnte und hat sich an General Pernetti gewandt, einen Freund ihrer Familie. Und der hat dafür gesorgt, dass Gauss beschützt wurde und ihm während der Besatzung nichts geschieht. Als Gauss dann erfahren hatte, dass er seinen Schutz einer gewissen Sophie Charmin zu verdanken hatte, war er verwirrt, da er diesen Namen natürlich noch nie vorher gehört hatte. Als er dann aber festgestellt hat, dass Sophie Charmin und Anton Auguste Leblanc die gleiche Person waren, da war er durchaus erfreut. So wie zuvor Lagrange hat auch er sich nicht daran gestört, dass Sophie eine Frau war und die beiden sind Freunde geworden, obwohl sie sich niemals persönlich getroffen haben. Sophie Charmin hat sich aber nicht nur mit der reinen Mathematik beschäftigt. Die Französische Akademie der Wissenschaften hat damals einen Preis ausgeschrieben, bei dem es darum ging, eine mathematische Theorie zu entwickeln, mit der sich die Schwingungen einer elastischen Oberfläche beschreiben lassen. 1811 hat Charmin ihre erste Lösung eingereicht, da waren aber noch ein paar Fehler drin. 1813 hat sie eine zweite Lösung geschickt, wieder mit ein paar Fehlern und erst ihre dritte Arbeit aus dem Jahr 1816 hat dann tatsächlich den Preis gewonnen. Aber obwohl sie jetzt eine offizielle Preisträgerin der Akademie war, durfte sie nicht an deren Sitzungen teilnehmen, weil auch dort Frauen wieder keinen Zugang hatten. Charmin hat sich auch weiterhin mit der Elastizitätstheorie beschäftigt, wie man das heute nennt, aus der heute eine Vielzahl technischer Anwendungen erwachsen sind. Egal, ob es um die Mechanik von Brüchen in Werkstoffen geht oder die Auswirkungen von Vibrationen, die zugrunde liegende Mathematik ist die gleiche, mit der auch damals Charmin gearbeitet hat. Einen akademischen Abschluss hat Sophie Charmin allerdings nie bekommen. Gauss hat sich dafür eingesetzt, dass seine Universität in Göttingen ihr einen Ehrendoktortitel verleiht, aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen, denn Sophie Charmin ist kurz davor am 27. Juni 1831 viel zu früh an Brustkrebs verstorben. Ihr zu Ehren wird der Sophie Charmin Preis für Mathematik von der Französischen Akademie der Wissenschaften verliehen. Immerhin etwas, auch wenn er bis jetzt erst ein einziges Mal an eine Frau vergeben worden ist. Sie ist aus, müssen wir über alle die Ich-Güßchen nicht mehrpperware haben, aber auch wenn Sie sagen, dass und wenn Sie es nicht mehr wenn Sie in der Welt dann können Sie nicht mehr so sein, Das ist ein Teil der Schublade. Vielen Dank.